Wie ihr wisst, verfolge ich schon seit über 20 Jahren die Nachhaltigkeit bei uns im Betrieb im Hotel Teresa zu verbessern. Und jetzt stehe ich wieder hier vor einem Bauernhof. Aber dieser Bauernhof hat etwas Besonderes. In diesem Stall stehen keine Kühe, sondern hier hat der Bauer Franz Moser auf Fisch umgestellt und produziert für unseren Betrieb Topfische wie Forelle, Goldforelle, Saibling oder Störe. Wir haben angefangen vor drei Jahren Fische zu züchten, Forellen, Störe. Wir haben mit dem Teich angefangen und haben halt dann mehrere Teiche dazu gebaut. Und dann vom Stall drinnen, wo zuerst die Kühe wogen, haben wir jetzt auch die Zucht eingebaut. Aber schauen wir dann rein, sehen wir, wie das ausschaut. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Hier haben wir jetzt fünf Bäcker herinnen, wo wir von den Sorten ein sortieren. Sei es ein Saibling, Forelle, Bachforelle, Seeforelle, Goldforelle. Die Qualität ist die Beste der Welt. Die Frische ist vier Kilometer von uns daheim. Also Schlachten und bis daheim sind nicht einmal zehn Minuten. Was Besseres kann, wenn wir unser Hotel nicht kriegen. Danke Herr Franz Josef. Danke auf Sie Stefan.